Beim U-Perfect U-Game K118 handelt es um einen mobilen 18 Zoll Monitor. Das IPIS Panel liefert ein 2K Bild in 16 zu 10. HDR10, FreeSync und Gaming mit 114 Hz werden unterstützt. Der Hersteller gibt den Betrachtungswinkel mit 11. K118 an. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1000 zu 1. Der Monitor kommt mit zwei 1W-Dautsprechern daher. Im Betrieb beläuft sich der Stromverbrauch auf 12 Watt. Der K118 bringt gerade mal 1,04 kg auf die Waage. Ich möchte, dass er hier lebt. Bei mir. Du weißt genau, dass das nicht geht. Dass ich meinen Sohn nicht anerkennen durfte, das ist unmöglich. Warum leben Sie nicht alle zusammen? Dazu müssten wir heiraten. Ich bin nicht der Besitz von irgendjemandem sein. Der Bildschirm wird gut verpackt geliefert. Mit dabei ist eine kleine Anleitung sowie ein Zubehörkästchen mit USB-C Netzteil. Im vorliegenden Fall hat besagtes Ladegerät gefiebt und wurde deswegen ausgetauscht. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme kann das Zubehörteil leicht ausgetauscht werden. Je nach USB-Anschluss am PC wird es aber auch gar nicht gebraucht, da USB-4-Anschlüsse für die Stromversorgung genutzt werden können. In einem weiteren Kistchen befinden sich ein HDMI auf Mini-HDMI-Kabel sowie zwei USB-C-Kabel. Es ist vorbildlich, dass U-Perfect alles, was zum Start benötigt wird, beilegt. Wie erwähnt, wenn der PC oder das Notebook bereits über USB-C verfügt, ist nur ein Kabel nötig, um den Monitor zu verwenden. Beim Geekom A6 ist es möglich, nur ein Kabel anzuschließen, um den K118 zu betreiben. Aber Achtung, es kann zu Warnhinweisen kommen, dass gegebenenfalls doch eine Stromquelle benötigt wird. Als mögliches Symptom für zu wenig Strom wird unter anderem Bildschirmflimmern genannt. Der Bildschirm wird bei der Auslieferung von einem Transportcase ummantelt, welches auch zur Positionierung des Bildschirms genutzt werden kann. An der linken Seite des Bildschirms befinden sich zwei USB-Ports sowie der Mini-HDMI-Eingang, der mit HD gekennzeichnet wurde. Außerdem können externe Lautsprecher oder Kopfhörer bei dem Klinkenanschluss mit dem K118 verbunden werden. Der Monitor löst mit 2560 x 1600 Pixeln auf. Für Gaming und Videos ist die Auflösung sehr gut geeignet. In Windows dürften aber die meisten die Skalierung anheben. Durch die 2K-Auflösung sind Browser und Explorer einfach etwas zu klein, um bedient zu werden. Ich bin ein bisschen in die Jahre gekommen, jüngere Leute könnten damit weniger Probleme haben. Laut Hersteller werden 100% des gebräuchlichen Filmfarbraums DCI-P3 abgedeckt. Während der alltäglichen Benutzung wirken Farben mit Filmen und Serien kräftig und satt. In der Regel wird man nicht so oft mit mehreren Personen an einem Tisch sitzen und mit dem U-Game K118 arbeiten. Trotzdem kann die Blickwinkelstabilität überzeugen. Gerade wenn man den mobilen Monitor als zweiten Bildschirm verwendet, blickt man eher seitlich auf das Panel. Trotzdem verfärbt sich die Anzeige nicht. Schwarz bleibt schwarz und wird nicht grau. Zwar verbaut der Hasher 2 ein Watt Lautsprecher im Inneren des Monitors, wirklich überzeugen kann die Soundqualität jener aber nicht. Das ist ein Watt shrinking. Ausführung steht entsprechete Existenz. Desde neisch. Ich würde verists JA關 Sie nachdenken. Ich würde dasja ausüben. Die meisten Menschen dürften sich ein Soundsystem dazukaufen oder Kopfhörer verwenden. Die schwache Leistung ist sicherlich der kompakten Bauweise geschuldet. Der U-Perfect U-Game K118 ist zu einem mobiler Bildschirm, verfügt aber dennoch nicht über einen internen Akku. Auch ein Touchscreen wurde nicht verbaut. Dafür ist auf der Rückseite ein Wesermount eingelassen, um beispielsweise einen Mini-PC zu befestigen oder um den Bildschirm auf einen Monitorarm zu schrauben. Eine solche Installation reduziert allerdings den mobilen Gedanken des K118. Der 1,04 Kilogramm leichte Monitor passt sehr gut ins Handgepäck und fällt im Rucksack nicht weiter auf. Gleichzeitig kann er beim mobilen Arbeiten durchaus praktisch sein. Aktuell ist der Monitor für 279,99 Dollar bei U-Perfect verfügbar. Im Rahmen der aktuellen Shoppingangebote gibt es die 3 Jahre Garantie kostenlos dazu. Regulär wird diese für 39,99 Euro angeboten. Ihr habt noch Fragen zum U-Perfect U-Game K118? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nerdbench. Ihr habt noch Fragen zum U-Experten.